Ja. Ja, aber ich habe ihn gar nicht schon. Nichts. Ich habe eine Garde hier. Oha, nein. Oha. Schnau, was schreck ich mit mir? Oh, okay, nee, nee. Hallo? 3.000 Jahre später. Oha, nein, der arme Mensch. ... Po местig. Ach, das stimmt. Vielen Dank. Boah. Ja. Jetzt geht's los. Warte, 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 warte. Ja, ich habe noch nicht gesehen. Ich bin jetzt nicht gesehen. Oh, das ist jetzt zu sein. Oh, das ist eine Liederung. Ja, da ist das Liederung. Ich habe einen Liederung. Oh, das ist eine Liederung. Ja, gut. Und bei dir? Was? Ja, jetzt, was war das? Warum bin ich geschworben? Warum? Warum? Woher diese Emoji? Warum tot? Wow. Ja, das würde ich nicht tun, das würde ich auch. Bra. Warte, im fucking ernst? Was? Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ah, ey. Hey, schweiß, weich, Digger. Oh. Ja. Ha, nicht direkt eine Pistole, ne? Also, Hermor. Jeige. Wie ist das denn? Oh Gott, du warst da jetzt. Das funktioniert nicht mit diesem Schrottauto. Das ist geil. Das ist verdammt für den Motorrad. Das ist auch gut. Wir sind einfach normal. Damit kann man kein Video machen. Hallo? 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 Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Das kam jetzt gerade sehr 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 unerwartet, aber wirklich sehr 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 sehr. Der kommt was Spannendes. Ne, ich bin kein TikTok-Hauen, er brennen und über die kommende Karte nicht. Lachen jeden. Hör auf zu lachen. Wenn du jetzt nur einen lachst, dann lach ich nicht zurück. Ja. Kennst du einen Friedhof? Oh mein Gott. Oh Gott. Erste Regel gelernt? Niemals über einen Zaun springen mit einem Motorrad. Ja. Geil. Er wird jetzt grün, ne? Geil. 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 Oh. Geil, meine hat nicht die Scheibe eingebrochen. Geil, meine hat keinen Pulsar bekommen. Echt cool, Jayden. Komm, wir treffen uns mal und klauen einfach ein Pulsarauto. So mega geil, ne? So mega geil. Ja, merk ich, merk ich, merk ich. Ich komm jetzt nach dir persönlich zu Hause mit in dieses Polizeiautobata ab. Bin gleich vor deinen Türen. Ich möchte aber trotzdem ein Motorrad haben. Hallo Polizei! Ich schmeib nur auf die Tür. Hey. 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 Hihihi! Bratz. Bra. Bra. Geh, geh. Drei. Oh mein Gott, jetzt! Jetzt kann ich diesen Trick machen. Geh, geh. Ach, geh. Oh mein Gott. Was? So, jetzt, 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 jetzt. Oh mein Gott. Oh, mein Gott. Oh mein Gott, geh. Oh mein Gott. Boah, er hat ernsthaft. Jace, weißt du, wie man hier rüberkommt? Ich schlucke. Aha, Hund. Okay. Oh, no radio. Ey. Ich geh doch da drauf. Ja. Nee, 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 nee. Och nee. Nee, 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 du bleibst jetzt hier eine halbe Stunde. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Das ist wirklich besser!